Es waren einmal zwei Profi-PC-Spieler. Moin, Benz! Hallo! Ihr seht jetzt das spannendste Kill-Duell der Geschichte. Das lächerlichste Kill-Duell, was hier bei mir ist. Absolut das Unspannste. Alter, was sind das für Lobbys? Ich dachte, wir machen jetzt so ein paar spannende Szenen oder so, aber ich kriege absolut auf die Schnauze. Ich guck mal. Egal, es kann man sich ja nichts geben, Leute. Sie ließen sich nicht unterkriegen. Nur kurz, um das vorher zu zeigen. Ich habe bessere Stats als du, obwohl ich scheiße bin. Sie versuchten es wieder. Hallo und herzlich willkommen, YouTube zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich bin heute ausnahmsweise nicht alleine. Ich habe so einen richtig, richtig ekligen Gast bei mir. Was? Der war auf der B-Flag und hat mit der fucking Skar gesprayt. Der hat keine Ahnung. Der kann nicht sein. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Ich hab ne Vier. Ganz ehrlich, lass mal quitten. Und wieder. Raus, 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 raus. Ja, ist ne Mann. So viel Lobby gibt es ja jetzt nicht auf den Pizze. EMP'd? Ich hab jetzt schon wieder keinen Bock mehr, Mann. Ja, ich auch. Wie lange dauert das, Mann? Das gibt sich ohne Regeln! Ey, wie lange ist denn heute ein EMP denn im Scheißspiel? Vier. Drei. Fünfundächtzig. Dreiundächtzig. Hallo und herzlich willkommen, YouTube zu einem neuen Video auf meinem... Ach ja, warte mal. Alles klar. Auf meinem Kanal. Und ich bin heute nicht alleine im Teamspeak, aber anscheinend alleine im Game. Jetzt mal ohne Witz. Wollt ihr mich... Hallo und herzlich willkommen, YouTube zurück auf meinem Kanal. Wärt ihr das gedacht? Heute bin ich ausausweisend, aber nicht alleine, sondern mit dem... Ja, hey, Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal von Kiel. Und zu einem weiteren Video da mit... Nein, ich bin Witz und... Und äh... Mein Name ist Jan AckerSmiley. Vielleicht kennt der ein oder andere mich vom Ruin-Clan, oder von meinem Clan, oder von meinem... Clan... Keiner, äh. Von meinem... Scheiße. Von meinem Kanal. Genau, heute machen wir einen Kill-Doil in Team Death Smash, weil man sonst absolut nichts findet auf dem PC, was nicht abfuckt. Und ihr müsst wissen, der Jan, Ackers Mann, AckerSmiley, ist ein PC-Spieler und deswegen wäre das ziemlich peinlich... Wäre das ziemlich peinlich für ihn, wenn er jetzt verscheißen wird, tut... So peinlich, Digga, ich drücke... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, ich hab den Stapeln absoluten... Guck mal, guck mal, ich wurde erkannt. Ja, mein Gott! Loll! Er gibt mir direkt... Oh, hast du kassiert, Digga! Ich bin fucking zu viel, Alter! Alter, Alter! Alter, what? What the hell? What is going on right now? Äh! Dolphin! Hä? Alter, was sind das für Lobbys? Ich dachte, wir machen jetzt so ein paar spannende Szenen oder so, aber ich krieg absolut auf die Schnauze. Ich auch. Digga, das kann man sich ja nichts geben, Leute. Holla Hossa, ist das eklig. Nein, was mach ich? Äh! Hört sich auf jeden Fall nicht gesund an. Ne, Mann. Was? Oh mein Gott! Ich hasse den iPhone. Äh, tut mir leid, dass ich so ein bisschen rumschreie. Ich bin grad einfach echt. Ach, kein Ding, Digga, man hört sich ja nur 70% meines Videos mehr. Paisin, Alter! Ich schneide den Scheiße. Das kann doch nicht sein! Äh! 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 Pff! War das ein Drecksgame, Alter. 1-0 für dich würd ich jetzt mal sagen. Gehen wir gleich mal zur nächsten Runde. Ah! Und gucken wir mal, wie das in der nächsten Runde so abläuft. Ach, scheiß mal Begrüßung, Alter. Jetzt gehts los, Alter. 1-0 für den Smiley Acker. Jan Ackersmann. Jetzt gehts los. Arme Naka. Oh, Jungfisch! So. Ich bin hinter dir, Digga. Digga, ich... Du kriegst die Kills nicht, wenn du hinter mir bist, Mann. 1-0 für mich. Danke. Es kann... Es kann euch wahr, Steiner! Wir holen jetzt gleich 3 an dieser Stelle. Ist hier noch einer? Irgendjemand? Das gibt's nicht. Die Leute, die sich fragen, warum ich Aymbro de-abo heißt. Warum nochmal? Ne. Keine Ahnung, Digga. Irgendwas mit... Er hat... Hat er dich... Warum nochmal? Hat er dich de-abonniert oder so, ne? Ho! Ja, ja, er hatte mich de-abonniert. Genau. Jetzt hat er dich wahrscheinlich wieder abonniert. Durch deinem Video, meinst du? Ja, ja. Da ist noch einer! Ich hätte die Führung mir erlangen können. Ich hätte sie mir richtig smerken können, ehrlich. Hast du mir zu ne Golden AM mit, äh, Schaft und... Rotpunkt, ja. Wie? Wo kommen die mehr, Alter? So, 5 zu 4. Scheiße. Wo, wie, wann, Mann? Ey... Vega Gamma, Alter, du schwitzt ja mehr als alles, Alter. Äh, ist das eklig. Pass auf, ich hab die perfekte Lösung gegen Schwitzen. Ey, es ist... Pass auf, pass auf, Digga! Wann war es denn Deo? Oh, fuck, ich hab jetzt nicht im... Oh! Oh! Ich hab... Oh! Alter, Leute, Leute, Leute. Äh. Oh, I! Ich hab das vorhin über eine Fressel gesprüht. Holy moly, Alter. Puh, Mann. Zeegro, Digga, Zeegro. Den haben wir... Oh, mein Gott. Ey, oh, Alter. So intensiv, Alter. Muss ich gehen nicht raus, sondern intensiv. Oh, was? Ihr seht schon, spannendes Kilo hier am Start, Alter. Er steht... 6 zu 7. Ich 8 zu 4. Man kann sich das nicht spannender vorstellen. Guck krass aus, Mann. Ich heul gleich los hier, ey. Oh, mein Gott. Turn on auf dem PC, Alter. Ich film mich wieder... mit Tesco. Ey, das kann man doch nicht auf YouTube hochladen, die Scheiße. Das gibt's nicht, Mann! Wie kann man denn den nicht kriegen, Alter? Er versteckt, er versteckt dich in der letzten Ecke, Alter. Wie ein... Oh, danke, dass ich den Kill bekomme, Alter. Huge Kill right here. Wer da? Was? Du glaubst du mir? Und dann kommt der andere und hört mich. Ja! 16 zu 14, Leute. Oh mein Gott, das ist so intense. Warum sag ich immer intense? Das erinnert mich immer vorhin. Komm, Diggi! Komm, Alter. Oh, lass mich... Team-Mate! Ja, Diggi! Doppelkill! Come on! Nein, Diggi! Ich bin gestorben! Diggi! Ich werd einfach... Ey, ich werd so eklig geholt! Wie kann's das so stehen, Mann? Okay, spawn... Spawn zum Absolut Nice gerade. Guck mal, dich holen wir jetzt. Jetzt gehen wir hier hin, in den Headlitch, weil hier kommt auch safe einer. Genau, das wir es sehen. Und noch einer. Und den vierten. Nice. Nice. Das gibt es nicht! Macht nichts mehr! Nein! Nein! Schon wieder mit einem! Das kann doch nicht sein! Oh mein Gott! Das kann doch nicht... Nice! Ich glaube, es hackt. Nein! Ey, das ist doch eklig. Ich will ziemlich irgendwie... Pfff... Pfff... Damit steht eins zu eins, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Daumen nach oben da. Junge, wer hat mich auf Skrupelus gekillt, Alter? Ich glaub, das war... Okay, voll. Kleptix, Junge. Du hattest drauf. Digga, der wär echt drauf. Möchtest du mal... Möchtest du kurz hier in meinem... Nicht scheiße, mein YouTube-Name steht da. Sag mal kurz tschüss! Ciao! Und liken und favorisieren nicht vergessen auch kurz. Liken und abonnieren natürlich nicht vergessen, Jungs. Juhl, ihr habt's gehört. Schaut nicht bei Smiley vorbei. Es nennt mich aus, mit der Lappen. Und damit ist es Zeit, den COD-Profis eine Pause zu lassen. Ob sie wiederkommen... ...liegt an euch. ... ... ... ... ...